Der FC Bayern München steht im Viertelfinale des DFB-Pokals und heute Abend geht es da gegen den SC Freiburg, das erste von zwei wirklich wichtigen Spielen gegen die Freiburger innerhalb von kurzer Zeit, heute und dann am Samstag in der Bundesliga. Jetzt gibt's die Aufstellung, auf geht's! Bevor ich euch jetzt die elf Spieler präsentiere, mit denen der FC Bayern heute Abend auflaufen wird, noch kurze Erinnerung, heute ab 19.45 Uhr bin ich live, wir werden natürlich wieder zusammen in dieser Spiel gucken, auch wenn es im Free-TV läuft, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn möglichst viele von euch dabei sind, Leute. Und jetzt zur Startelf. Ihr habt es vielleicht im Titel schon gelesen, keine Wechsel und so sieht's tatsächlich aus. Ich denke, dass der FC Bayern München mit der identischen Startelf spielen wird, wie gegen den BVB. Die zeige ich euch jetzt hier einmal. Im Tor haben wir Jan Sommer, rechter Verteidiger Pavard, Innenverteidigung Upamecano, Matthijs De Ligt, linker Verteidiger Alphonso Davies, Doppel-Sechs mit Joshua Kimmich und Goretzka davor, die Dreierreihe, links Kingsley Coman, rechts Leroy Sané, der Zehn, Thomas Müller und im Sturm Erik Maxim Choupo-Moting. Überraschenderweise hat Thomas Tuchel den FC Bayern ja mit einer Viererkette auflaufen lassen, im alten 4-2-3-1-System, was man so lange gespielt hat, so erfolgreich gespielt hat, dass man auch gespielt hat, als man die Champions League gewonnen hat. Vor mittlerweile drei Jahren mit diesem System war der FC Bayern wirklich sehr, sehr erfolgreich hat in der Bundesliga, alles zerschossen und Thomas Tuchel kehrt jetzt zu diesem System zurück, nachdem Julian Nagelsmann ja einiges ausprobiert hat in dieser Saison, unter anderem diese Formation, auch ein 4-2-2-2 und jetzt ja zuletzt ein 3-4-3-System. Warum denke ich jetzt, dass Thomas Tuchel wieder die gleichen elf Jungs auf den Platz schicken wird? Einerseits sind alle Spieler fit. Choupo hatte am Freitag das Training ausgelassen, allerdings hat Thomas Tuchel bestätigt, dass der kamerunische Stürmer wieder fit ist, das heißt er ist good to go, um aufzulaufen hier. Und in der Pressekonferenz, in der er wirklich wenig zur Formation gesagt hat, sagte Tuchel aber, dass er erstmal ungern wechseln möchte, außer das medizinische Personal ordnet dieses an, das heißt wenn ein Spieler wirklich verletzt ist oder nicht mehr kann, aus irgendwelchen erschöpfungstechnischen Gründen, dann sollte rotiert werden. Aber jetzt erstmal erwartet Thomas Tuchel keine Rotation im Team, sondern läuft mit der gleichen Elf auf, die den BVB geschlagen hat. Zudem heißt es ja Never Change a Winning Team und das Team vom FC Bayern München hat wirklich überragend gespielt. Alle Spieler haben klasse Job gemacht, besonders hervorzuheben. Thomas Müller war sehr stark, Leroy Sané fand ich sehr, sehr stark, Matthijs De Ligt wieder richtig gut gemacht. Pavard für mich auch als rechter Verteidiger wieder überraschend ein gutes Spiel gemacht. Es gibt überhaupt keinen Grund, um hier irgendwie zu wechseln, weil die Spieler wirklich alle ein richtig gutes Spiel gemacht haben und man ja aus der Länderspielpause sowieso vielleicht ein wenig erholt kommt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich wieder Musiala, Sané, Gnabry und Co. auf der Bank sehen. Erstmal keine Einsatzzeiten, aber wie gesagt, wenn man so gut spielt, muss es nicht sein. Ich bin gespannt, was er mit Joao Cancelo macht. Das ist das Einzige, was ich mir eventuell vorstellen konnte, dass der auf dem linken Verteidiger spielt, weil Thomas Tuchel ihn eben so gelobt hat in der Pressekonferenz und eben auch diese Qualität hervorgehoben hat, dass er auf der linken Seite auch spielen kann. Ansonsten, Leute, war dieses Aufstellungsvideo ein bisschen kürzer als sonst, aber wenn es eben kaum Veränderungen gibt, dann weiß ich gar nicht genau, was ich alles sagen soll. Ihr könnt trotzdem gerne mal eure Aufstellung kommentieren, was ihr meint, wie der FC Bayern München heute auflaufen wird. Ansonsten sehen wir uns 19.45 Uhr live im Stream. Ich erwarte euch, Leute.